Hallo, hier ist 120 Sekunden Berlin in der Summerstraße, bisschen dunkel hier, Freitag, kommen die ganzen Touristen. Hier sind wir schon wieder, Ecke Riga-Straße. Es ist noch nicht so viel los, noch früh am Abend. Hier Ende Riga-Straße bis zum Ende Berserim-Platz und hier schon wieder eine der kleinen Schweinereien. Da möchte einer doch wirklich die Wohnung renovieren und die Leute verdrängen. Und was schreiben sie hier drauf? Verdrängung stoppen, wir bleiben hier. Mietsteigerung 250%, Miete neu 1700, Miete alt 707. Estas son las cosas muy raras aquí en Berlín. Quieren mucho dinero por alquiler. De repente, de 700 euros a 1700, porque hacen algunas cosas nuevas y quieren 250% más. So, they are so crazy here. And, well, I think the best to buy the house, to stop the opera and then klack, 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 klack. Buy the house for cheap money and make it free. Okay. Okay. This was